Hallöchen Leute, da ist gerade der Simon, äh, der Simon, der Nico gegangen und wir haben jetzt, aua, wir haben jetzt noch eins später. Echt? Ein Trattor? Ja, ein Trattor. Ein Trattor haben wir nur noch. Trattor? Jetzt hören wir irgendeine ausgestorbene Alienrasse. Es brennt. Es brennt. Ja, ich brenne noch was anderes. Es brennt. Der Bizeps brennt. Ja, das auch. Vom Salat vom Bizeps, ne? Wollen wir die Tür auch aufmachen? Hallo? 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 Ja, so diese Map übrigens, die ist irgendwie blöd, ich mag die nicht. Hallo? Oh, ist jetzt nicht so auf die Wahl. Aber, ey, ich hab'n Mellon. Hallo? Ich hab' Mellon. Ja, super stark. Oh, shit. Dann, äh, tschüss. Oh. Hier, guck, Mellon. Oh. Alter. Darf ich die Mellon abschneiden? Ja, guck, Mellon. Geh' mal zu der Truhe hier, komm mal her. Geh' einfach in den Keller. Komm her, top, top. Geh' mal, geh' mal an den Boden und drück' mal E. Hab' ich auch gemacht, guck. Ja gut, das ist aber noch lange nicht, dass ihr nicht Traitor seid, ne? Doch, das kannst du nur öffnen, wenn du Traitor... Ja gut, aber kann ja auch gut sein, dass sie eine andere Taste drücken. Alter, ich krieg gleich... Hey, ja, aber das hört man, wenn's Piep-Piep macht. Was ist denn das da oben? Ich krieg' hier gleich keinen Krebs, Alter. Ich kann nicht mehr. Diese Map... Die Soul... ... oder Eros... ... und Dinar... Wenn du Traitor bist, dann bitte verschone mich einmal, ja? Au. Ich verschone. Au. Guck, da oben. Au. Es piept hier. Was ist das? Ja, das ist... Geh' weg, C4 geplantet. Was ist... Äh? Die hat explodiert, C4 ist gerade in die Luft geflogen. Ich lebe noch. Ja, ach nee. Ach nee. Ach doch. Ich... Können ja nicht mehr viele übrig sein. Nee. Ja, stark auf jeden Fall. Hier war da gar immer ne Tür. Disco kam hingegen. What the... Na, Kabbalat hier. Stark. Richtig stark auf jeden Fall. Hier bin ich sicher. Jawohl. So easy geht das, Alter. Ich war oben im Lüftungsschacht. Ich hab mir das schon gedacht, wo du warst. Nee, weil... Ich mach die Tür auf und krieg erstmal was ab. Weil Tom gefragt hatte, das war so geil. Er sieht mich einfach überhaupt gar nix. Hä? So richtig probisch war, Alter. Ich hab da nur Erbrauch in der Fresse gehabt. Ne, das ist aber voll ins C4 reingelaufen. Ja. Lennart, Alter. Alter, kannst du auch alleine, als alleiniger als Schrader. Kannst hier easy wrecken, Junge. Ja, die Map ist beschissen. Ich find die cool. Ich find die cool. Wow. Smoke. Smoke. Disco. Disco. Pogo. Pogo. Plingelingeling. Alter, das fliegt wieder so ein bisschen durch. Alter. Oh, Alter. Alter, wie viele Toiletten es auf dieser Map gibt. Jetzt mal ernsthaft, Alter. Ja, das ist halt... Was ist eigentlich das hier? Du siehst das wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich seh das auch. Das ist ein Feu... Ich wüsste gerne, was das ist, was man damit machen kann. Irgendwie muss es hier doch irgendwas geben, irgendwas muss man doch finden können, um das aufzumachen. Was soll das sein? Also, ich... Als Traitor vorhin konnte ich das auch nicht... auch nichts mitmachen. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Kann man doch irgendwie hier raus aus dem Flugzeug? Wahrscheinlich nicht. Oh, Tom. Kann man hier? Ich glaube schon ausprobiert. Da ist noch jemand hinter dir. Äh, wer... Da ist... Leonard ist da noch bei dir. Achso. Pfff. Leil. Leil, hier ist schon jemand in den Lüftungsschacht gegangen. Ach, mein Gott. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Easy. Leil. Ah, Leil. Hier kann man einfach so rein. Kann man in den Lüftungsschacht auch so rein? Ja, kann man tatsächlich. Jetzt bin ich unten. Was ist denn da hier? Was haben wir denn hier? Hier war ich noch gar nicht. Hier sehe ich ja. Ah, da oben kann man auch rein. Ah, ne, kann man nicht. Das muss ich mit meinem Launcher immer aber. Leil. Nein. So, hier kommt man nicht wieder raus. So stimmt. Da kommt man. Junge, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ja, ich kann ihn nicht aufmachen. Hier. Was hier, ha? Ja. Die kann man nicht aufmachen, Alter. Deswegen. Tja, liegt aufs Tür. Irgendwie hab ich nur Scheiße. Alter. War halt so alt. So cool. Leil. Ich dachte gerade hier ist schon jemand gestorben, Alter. Hier mal die McTender. Alter. Ey, das nimmst du. Hallo? Tür? Äh. 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 Leute, Alter. Ohne Witz, ne? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Hi. Das ist jetzt drei Situationen. Alle mit Schock. Drei, zwei, eins abdrücken. Ja. Einer von euch ist bestimmt Traitor. Let's print. Wow. Alter. Sehr gut. Der wird ja schon geschossen hier bei euch. Ich dachte, du wärst schon down deswegen. Blö, ich hab gar keine Musik gerade. Ja, ich auch zum Glück nicht. Hab ich dich erschossen aus Versehen? Ihr habt euch alles selber plack gemacht. Was ist denn bei euch los, Alter? War viel für GG, ne? Ich muss mich erstmal hier so ein bisschen durch die Map durchfinden mit dem Fahrstuhl. Hat jemand den Fahrstuhl gerufen gehabt? Die Map ist todeshart beschissen, Alter. Ne, der fährt glaub ich immer hin und her. Ja? Okay. Ja, ich glaub schon. Nur bei Yoshi ist er nicht beschissen, weil er vorrat hat. Feier die Map mal halt gar nicht. Au, au. Ach shit, ich hab grad einen Instant Damage geworfen. Shit. Ich hab grad, hä? Wieso krieg ich einen Damage? Genius, my friend. Genius. GG an dich. Wartet jetzt, bitte. Genius, keine Ahnung. Ich hab schon. Jetzt ist immer das erste, was ich mache, Alter. Erstmal den zu werfen. Komm, auf hier. Wer immer hier lang kommt, kassiert. Wer immer hier lang kommt, kassiert, Junge. Oh Mann. Willst du mich verarschen? Junge, minus sieben Punkte. Okay, dort auch minus... Minus drei. LOL. Ey, wie das aussah, Alter. Das war ja legendär. Das war ja legendär, Alter. Junge, wie geil war das denn? Ey, ich steh da so durch den Gang durch. Ey, wie geil. Ey, das ist geil. Ey, du hast hier jetzt einfach random gekillt, ne? Ja, ich weiß. So, jetzt aber hier mal warten, ja? Kopfhör, es geht gleich wieder los, ey. Erstmal richtig schön in den Raum smoken. Nein, nicht nicht. Nein. Hier ist noch jemand, hallo? Lennart, nein. Keno, 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 Inno, Inno, Inno. Ey, Keno, Inno, Inno, Inno. Lennart, Inno, Inno. Hä? Hä? Wolloll. Hey, komm mal bitte her. Ey, komm mal bitte kurz zu mir. Ja, ich hab das... Das ist bei uns allen. Ich weiß auch nicht, was man damit machen kann. Das ist so unsichtbar, ja? Ja, es verwirrt mich auch noch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was das irgendwie ist. Irgendwie... Da kann man bestimmt irgendwie später durch. Tom, wo bist du? Ey, geil. Tom? Der läuft, Alter. Der ist mal drunter. Hier weg. Wie konnte man da hin... Lennart? Keno, lebst du noch? Ja. Okay. Aber nicht mehr lange. Das ist... Alter, willst du wieder auf den Sack gehen, Lennart? Ich suche grad diesen einen Eingang. Weil der hinten... Alter, Lennart. Lennart. Oh, nein. Nein, das wollte ich nicht. Du hast mich nicht getroffen. Oh, das ist vorne. Alles gut. Okay, Lennart. Meiner Meinung nach ist es Lennart nicht. Ich truste Lennart. Gerade, mega. Also einer von euch beiden ist es. Alter, Leute. Leute, hier. Alles entgegenkommt. Hallo. Ich suche jetzt hier noch... Ah, hier ging das. Stimmt. Wo gegen was? Ich will es auch sehen. Können wir die zumachen? Hey, what the fuck, Alter. LOL. Yoshi. Ah, LOL. Ich sind hier alle drinnen, Alter. Okay. Ich lass mich mal hier bitte wieder raus. Und tschüss. LOL. Alter, Lennart. Stopp, stopp, stopp. Lennart hat mich angeschossen. Okay. LOL, Alter. Konfirmier. Ah, ich brauch's ja nicht. Konfirmier ist nicht Trader. Okay, er ist innocent. Okay. Ist die Frage, bist du es oder ist es Tom? Äh, locker Tom. Wo ist Tom eigentlich? Ach, Tom ist Spectator. Drück mal Tab. Wieso das denn? Das hat mir grad gereicht. Was hat die gereicht? Na, der Geld ist mein... War das weggeschissen. Ach so, leil. Und das war ne Schack-Taktion, okay, du. Dafür wirst du ein Punch. War das ein Melan-Launcher? Neee. Wusstest du, dass das Geld war? Nein, das war ein Bananen-Launcher. Also war das jetzt ein Melan-Launcher oder nicht? Das war ein Melan-Launcher. Und ich hab dann auch noch eine Handbomb gehabt. Ja, ich hab das schon gesehen. Bananen-Bananen. Ja. Alter, ich bekomm hier gleich Krebs und AIDS und sämtliche andere Geschlechtskrankheiten auf dieser Wieso das? Ja, das kann ich gar nicht mehr. Ja, ist es noch eine Runde, dann hast du es geschafft. Noch eine Runde, dann hast du es geschafft. So ein Geld vor wie sonst wo. So, Kino, das kriegst du irgendwann wieder. Block. Das kriegst du irgendwann wieder. Irgendwann, wenn die... Irgendwann, wenn die... Irgendwann, wenn die... Aber guck mal, hier ist bei dir... Hier ist auch noch so ein Ding, ne? Alter. Alter. Da ist auch noch... Hier, Kino, warst du das gerade? Kino, kommst du noch mal ganz kurz zurück, ganz schnell. Was? Du hast bei dir auch noch hier so ein Ding. Da steht nämlich auch noch eins bei mir. Da. Was? Hier. Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Wofür sind die Dinger denn? Okay, vor allem hier auch. So. Uäh. 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 Joshi, Vorsicht! Hallo? Noch alle da? Hier sind noch alle da. Hallo! Oh! Uäh. Uäh! 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 Oh! Metal Launch! Äh, Metal Launcher. Fenscher Pin. Okay, Thomas. Thomas. Heilige Muttergottes. Ja, das Lied ist schön. Ich lebe immer noch. Ja, ich weiß. I can see you. Komm her, ich zerrupfe dich. Okay, komm doch nicht. Gut. Ey, scheiße, wie ich in den Strahl reingelaufen bin. Alter, bin ich bescheuert. Hahaha. Ich bin wirklich reingeladen. Oh. Premium. Rooftop. Oh Kinder. So zieht man euch. So zieht man euch. Okay. Okay, Mensch. Folge zu Ende, würde ich sagen. Ja. Das stimmt. Aus Ende vorbei. Aus Ende vorbei. Also jetzt ist hier endgültig Ende, ja. Also irgendwann ist hier auch mal Schluss, ja. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gut gefallen hat oder ob es euch nicht so gut gefallen hat. Und natürlich gerne beim Lender beim Sehen HD vorbeigucken. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt. Und, ähm, ja. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung. BR 2018